Hi! Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen nach oben zu geben. Catch my son verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video zocken wir Carl Philippe Modern Warfare. Einfach, normal, ein schnelles Spiel. Ich hab mir diesmal gedacht, komm, lasst uns doch einfach Team Deathmatch oder Herrschaft spielen. Ganz easy, einfach so, normal und ja, let's go. Operation Shoot House, Mission Herrschaft. Nimm uns an Herr, die schafft. Äh, äh, leider. Jo, Alter, was... Ja! Badababababab. Ich liebe... Oh mein Gott, hab ich seine Ehre genommen. Ich hab ihn so hops genommen. Also ich muss nur sagen, die Gunfights gewinne ich die ganze Zeit. Uh, uh, das tut gut. Das fühlt sich wieder gut an, um den Warfare zu spielen. Ich nehm alles zurück! Wir sind halt reingejoint, das ist scheiße. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will eine frische Lobby. Mann! Hä? Yes, yes, dude, yes. Okay, Leute, diesmal wechseln wir zu MP5. Und Team Deathmatch, ich hab so Bock. Hast du auch Bock, Freundchen? Ja, zock mir in den Schultern, du Stück Scheiße. Er lebt noch. Oh mein Gott. Wie? Ach, das war der. Oh mein Gott. Ich hab die Esmin ausgelistet und dadurch ist er gestorben. Was ein Loob. Manchmal sind zwei Schüsse ausreichend. Manchmal mit der Pistole zu spielen, ist echt besser. Wirklich, es ist einfach besser. Wie er denkt. Man kann sagen, was man will. Aber diesem Sniper hab ich grad die Ehre genommen. Ehre genommen. Ey, wirklich, die Runde wär eigentlich so geil gewesen. Aber dieser V-Torjet, er fuckt mich grad so ab. Er fuckt grad so ab. Holy shit, fuckt der gerade ab. Holy shit, das ist ja ekelhaft. Was? Was, Leute? Ab sofort nur noch Pistol. Only Pistol. Klappt ja prima. Only Pistol. Leute, Leute, Leute. Das hast du in dem Video. Ja, ich will die Kekker nicht sehen. Nein, ich will sie nicht sehen. Nein. Das ist ein Video. Lasst gerne liken. Check in meine Social Media. Das ist auf meiner Instagram und Twitter. Und ja, bleib bleib. Ich seh dich in dem nächsten Video. Ich freu mich drauf. Ja, super. Tschüss. Wieso sind diese Sounds so laut? BIG Dash морpfle. Musik 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 Vielen Dank.